So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farmer's Dynasty. Wir sind hier aktuell gerade am Bahnhof und eigentlich möchte ich ja weiter zu dem Händler da vorn. Wir werden Ihnen vielleicht mal anschauen, was man so von Maschinen später kaufen kann, wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Ah, da kommt gerade wieder ein Zug. Hopp, na gut, fahren wir weiter. Blub, 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 mein kleiner Träger. Au, ein Wehtrescher. Nicht schlecht. Haben hier auch Autos? Ne, aber da sieht es nicht so aus. Oh, darf ich hier reinfahren? Ah, ich denke mal schon. Oh, komm. So, steigen wir mal aus. So, was gibt es denn hier Schönes? Da, 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 da. Mähdrescher, was ist das? Ein Pflanzding? Eine Saatmaschine. Saatmaschine. Ist das ein Güllebehälter oder ist das Flüssigdünger? Gülle-Technik. Okay. Kaufen. Amazon. Nein. Was kostet das? Kaufen. Getreide mehr. Schau mal. Oh, dort 30, nein, danke. So, schauen wir mal hier rein. Blub, blub, blub. Alles Öle. Öl, Öl, Öl. Hm, gar nicht durch. Ob, hier auch nicht. So. Kaufen, Boxer. Ist das eine Rüttelplatte? Nein. Was soll das sein? Boxer. Hm. Gut. Bing, bing, bing. Okay, also Züge fahren, aber scheinbar sonst nichts weiter. Was ist das? Mähwerk, Boxer. Wenn man 40.000 so kann. Nein. Hm. Na gut, ich würde sagen, ich hau mal wieder hier ab. Aber jetzt ist mir eingefallen, was ich kaufen kann. Und zwar... Rede mit Fremden. Nein. Sozialpunkte. Für mein Gewächshaus könnte ich eigentlich noch ein bisschen Scheiß kaufen. Zum Entspannen, obwohl, das könnte man auch mal machen. Tankstelle. Fahrzeughändler. Ort zum Entspannen. Gehen die Kirche. Agrarmarkt. Kannst du deine Ernte verkaufen. Tankstelle. Bahnhof. Fahrzeughändler. Agrarfachgeschäft. Jawoll, hier wollen wir hin. So, und raus. Ähm... Fahr mal mehr fahren. Aaaaaaah. Nein. Nicht, nicht so. So, komm. Fahr mal an der Ansicht. Du bist wirklich hungrig, was? Schon wieder. Okay, ähm... Pfeifen wir uns. Tomaten zu bereiten. Direkt aus der Dose. Gott. Und weiter geht's. Bum, bum, bum. Hier kommt nichts, da kommt nichts. So. 1,5 Kilometer. Grob in diese Richtung. Oh, wo ist schon? Ein See. Oh, Vorsicht. Nach vorne schauen. So. Bum, 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 bum. Und wir sollten jetzt mal langsam irgendwie nach links abbiegen. So, blink, blink, blink. So, blink, blink, blink. So, und Vollgas. Hau rein. das ist die tankstelle rabbel, rabbel, rabbel Hilfe, Hilfe so, na komm, kommt noch einer nein so, brumm, brumm, brumm gib Gas, meine kleine Mühe kurz schauen, ähm wo sind wir denn, da nee, da kommen wir noch geradeaus so schade, dass keine anderen Autos unterwegs sind brumm, brumm, brumm na komm das schaffst du, kleiner neunhundert Meter noch geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Brubbel, 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 mach das Ding So, was ist das, eine Brücke? Eisenbahnbrücke Hier kann ich wohl meine Sachen, die ich ernte, hinbringen Scheiße, wir kommen, wir fahren jetzt Wer fällt ein? Ist ja eh niemand da Hopps, mein kleiner Fahrer Die Polizei kriegt uns nicht Und wie weit ist das noch? Das gibt es nicht Oh Leitplanken So, wir fahren mal jetzt ein Stückchen auf der Straße Ein kleiner Ausflug Mal schauen, was es für schöne Sachen für mein Gewächshaus gibt Kommt jemand in uns? Nein Oh, die Sonne Oh, Vorsicht Wo ist der Eingang? Hier Brumm, Brumm, Brumm So Aussteigen So Geht's hier rein? Jawohl Okay Okay So Ähm Das ist die Hintertür 30 Meter So Was ist jetzt der Haupteingang? Der von Und dann schauen wir hier rein Achso Gut Hopp Na Agrarfachgeschäft RT Heizen, Mais Lupine, Gras Herbsen Also das ist alles Nichts für mich Soja Ah, ihr Zucchini-Setzlinge Zwei Euro Ist Stück Tomaten Kürbissitzlinge Komm Ich möchte hier was haben Was muss ich drücken? Probieren wir mal die Maus Komm Ich will was kaufen 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 Geht das aktuell noch nicht? Zurück Ah Ah, okay Jetzt verstehe ich Hopp Null Und Null Mehr Oho 15 Stück 15 Stück 15 Stück Ach komm Was kosten Hühner Hühner besitzen Null Ein Stück Drei Kaufen Ah Drei Hühner Hühner Futter Kapazität Ich habe aktuell 100 Was Wie viel fressen die am Tag? Ah Nehmen wir nochmal 120 Kilo Kaufen So So Damit haben wir Nur noch 190 Euro Was? Soft Habe ich so viel Geld ausgegeben Oh Moment Nochmal rein Also das war Agrarfachgeschäft Kann ich hier drüben noch irgendwas Anklicken? Nein Das ist genau das gleiche Ja Agrarfachgeschäft Agrarfachgeschäft Na gut Dann Schauen wir mal In unseren Hof zurück Pack ich das Zeug noch ins Gewächshaus Moment Bist du ein Apfelbaum Bist du ein Apfelbaum Sieht nicht so aus Oh Kache Fahr schneller Boom 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 Ich Hab noch Keine Ahnung Wie das Gewächshaus So richtig Funktioniert So Ich mache eine kurze Pause Ich sage Tschüss und ciao Bis zum nächsten Mal